Wenn ihr nicht mehr wütend auf diejenigen seid, die euch eure Wünsche nicht erfüllen und ihr stattdessen Gott eine Chance gebt, dann werdet ihr erstaunt sein, was ihr in eurem Leben alles tun wird. Ich sag euch was, Gott kann euch Gunst schenken, er kann euch Dinge ermöglichen, die euch kein Mensch ermöglichen kann und die ihr euch definitiv nicht selbst ermöglichen könnt. Also, sobald euch jemand schlecht behandelt, sagt zuallererst, Gott, ich weigere mich auf diese Person wütend zu sein, das würde mir nur meine Lebensfreude rauben. Ich vertraue dir, dass du dich für mich einsetzt.